Drei Blumen – was für ein klingender Name, den eine ganz besondere Sesselbahn in den Bündner Alpen trägt. Die Sesselbahn Maruns Treisflurs in Sellerina scheint auf den ersten Blick eine Sesselbahn zu sein wie viele andere auch. Doch bei der im Sommer 1995 gebauten Anlage handelt es sich um die einzige je gebaute Sechsersesselbahn der Firma Von Roll. Hatte zuvor die kuppelbare Vierersesselbahn schon in vielen Skigebieten Einzug gehalten, entstanden im Jahr 1995 die ersten beiden Sechsersesselbahnen auf Schweizer Boden. Die Firma Garaventa erstellte ihre erste derartige Bahn in Flims, während Von Roll im Oberengadin zum Zug kam. Der Thuner Seilbahnhersteller hatte im Skigebiet rund um den Piznär bereits in den Jahren zuvor zahlreiche Sesselbahnen erstellen können. Die erste Seilbahnanlage Richtung Treisflurs war bereits 1957 in Form eines Schlepplifts aus der Feder des Konstrukteurs Karl Brändler eröffnet worden. Da der Lift dem Besucheransturm schon bald nicht mehr gewachsen war, wurde er schliesslich 1972 durch einen Doppelschliff der Firma Habegger ersetzt. Doch auch an diesem bildeten sich trotz seiner Förderleistung von 2000 Personen pro Stunde oftmals Warteschlangen. So kam es, dass 1995 die erwähnte Sechsersesselbahn gebaut wurde, die die Förderleistung noch einmal deutlich auf 2800 Personen pro Stunde erweitert. Knapp 500 Höhenmeter und 22 Stützen überwinden die Haubensessel, bevor die Bergstation erreicht ist. Hier oben in rund 2800 Metern Höhe befindet sich auch der Antrieb der Sesselbahn. Auch wenn die Bahn ein Prototyp war, übernahm Von Roll zahlreiche Ideen und Konstruktionen, die man bereits zuvor an den hauseigenen Dreier- und Vierersesselbahnen erprobt hatte. So besitzt die Sesselbahn beispielsweise die typische von Rollsche Doppelkette zur Dosierung und Beförderung der Sessel in den Stationen. Ebenfalls typisch für Von Rollsesselbahnen erfolgt der Antrieb der Ketten- und Reifenförderer in den Stationen durch entsprechende Wellen und Übersetzungen voll mechanisch. Auch die Kuppelklemme ist ein altbekanntes Produkt. Die Doppelklemme des Typs VH400 wurde zuvor auch bereits bei sechsplätzigen Kabinenbahnen eingesetzt. Zu guter Letzt weist die Bahn lotrecht montierte Stützen auf. Dieses Prinzip hatte man zur einfacheren Montage per Helikopter beim kompakten Sesselbahnsystem Quattro für kuppelbare Vierersesselbahnen in Airolo und Torgon bereits erprobt. Leider bedeutet der Ausstieg von Rolls aus dem Seilbahnbau im selben Jahr allerdings, dass es die erste und gleichzeitig die einzige Sechsersesselbahn des traditionsreichen Schweizer Seilbahnherstellers werden soll. Gerade deshalb ist diesem Unikat aber ein besonderer Platz in der Schweizer Seilbahngeschichte sicher. Im Winter 2019 war die Anlage zum letzten Mal in ihrer ursprünglichen Form in Betrieb. Im Rahmen eines gross angelegten Umbaus erfolgt im darauffolgenden Sommer der Ersatz der Elektronik sowie der Sessel. Die charakteristischen Ganglauf-Haubensessel, die an dieser Anlage weltweit einmalig eingesetzt wurden, verschwanden damit aus der Engadiner Bergwelt. Seither besitzt die Anlage Standardsessel aus dem Hause Doppelmayr.